Hallo, ich bin der Christian Lichtenberger, ich bin 27 Jahre alt, ein Offensiv-Mittelfeldspieler, mein starker Fuß ist der Linke und ich war die letzten zwei Jahre jetzt beim SV Lichtleuder-Lafnitz. Also Fußballspielen tue ich glaube ich seit ich vier bin. Ich angefangen hat alles beim Verein bei mir in Oberösterreich in Steyr, der heißt ATV Steyr und dort habe ich gespielt bis zu U13 sowas und dann bin ich nach Union-Dittach gewechselt. Dort war ich dann bis in der Kampfmannschaft mit der gleichen Mannschaft beieinander und dann habe ich eben den ersten Schritt gewagt und bin von Dittach nach Steyr gewechselt in die Regionalliga zur Vorwärts-Steyr. Da sind wir dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga und dann habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben beim SV Lichtleuder-Lafnitz. Dort war ich dann ein Jahr dann bin ich wieder zurück in die Heimat und war ein Jahr in einem Stetten und dann bin ich eben wieder zurück zu SV Lichtleuder-Lafnitz gewechselt. Dort war ich jetzt eben zwei Jahre und jetzt bin ich beim GRK. Das erste Mal gegen den GRK habe ich mit Vorwärts-Steyr gespielt im Cup, da kann ich mich noch genau erinnern, dann habe ich auch ein paar super Dribblings gehabt. Nein, aber da habe ich ziemliches Pech gehabt mit einem Lattenschuss und im Ölfmeterschießen haben wir dann, glaube ich, verloren. Und ja, die nächsten Jahre dann mit Lafnitz an den Stetten haben wir noch nie, also immer, wenn ich gespielt habe, habe ich noch nie gegen GRK gewonnen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil es einfach besser waren oder stärker waren. Aber ja, deshalb bin ich auch extrem froh, dass das jetzt geklappt hat. Ich glaube, dass ich extrem viel mitbringe in der Offensive, vor allem im 1 gegen 1. Ich glaube, eine meiner riesengroßen Stärken ist das Dribbling im 1 gegen 1, dass ich einen Gegner überspielen kann, dass ich dann nach innen ziehe und mit meinem, sage ich einmal, ich traue mich einmal zu sagen, starken linken Fuß abschließe. Und mittlerweile auch schon das Laufen, das gegen einen Ball ist, glaube ich, auch mittlerweile schon eine Stärke von mir, dass ich 90 Minuten durchlaufen kann. Und ja, vor allem auch mit meinen tiefen Läufen und meinen Bässe in die Tiefe auf dem Stürmer, glaube ich, dass ich dem Verein richtig weiterhelfen kann. Im Endeffekt habe ich mich dann für den Weg entschieden, einfach weil ich einem weiterhelfen will, weil ich hoffe, dass es mit mir klappt in die Bundesliga, dass ich auch mit meinen Stärken einfach das Nötige, was gefehlt hat, dass ich quasi die Lücken fülle und wir den Schritt in die nächste Liga schaffen. Ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat und dass ich jetzt wieder einmal vor 2, 3, 4.000 Leuten im Stadion spielen darf. Und ja, ich hoffe, dass ich gut aufgenommen werde, dass ich überzeugen kann. Und ich freue mich an die Fans, auf die Fans, ich freue mich auf die Fans und hoffe, dass ihr weiterhin uns so stark unterstützt. Und ja, ich freue mich auf euch und ich hoffe, wir haben eine geile Zeit miteinander.